Die wollen wirklich was für Gamer finden. Wirklich Elgato, Alter, bestem Mann. Oh, das Scheiße, das hätte ja immer so ein Call of Duty Pro Spieler, was ja von so. So sagen sie, ey, ich stelle mir vor, jemand hat vergessen, was aufzunehmen. Sagt der, ey, yo, wir machen so ein Flashback-Dings-Bunkster. So, dann aktivierst das ganze Ding. Wenn du aufsinnst, hast du auch die Aufnahme von halbe Stunde früher. Das ist die beste für den überhaupt, ey. Das hat mir sogar einmal das Arschgehrt in. Ich merke, mein Arschgehrt hat so richtig was Kerl, das er spielt, aber... Alles abgesoffen hat, so, kacke, diga, und da war's noch da. Ja, hier ist da ja nichts, Horst. Ich komm bei euch, ich versuch mal selbstständig reinzugehen, wie passt. Ja, geh zu Sinex, Sinex, was bist du? Oh, diga, das mal rein, du Rindmann. Meine Einladungen sind alle weg, die mir geschmarrt haben, okay, da. Wer ist denn hier dieser... Und Carsten, wie sieht's aus? Ich war's Worn am Start, direkt beim Release. Ich hab die zwei Wochen früher schon. Oh, oh, oh. Na, Sinex, komm bei dir auch nicht rein, kannst du vergessen. Also ich bin schon... Also ich bin schon... Ey, hey, den, den kenn ich da nicht, diesen Apoklanar. Ist das nicht still, Alter? Nee, ist still? Was hat sich wieder dabei getätet? Nee, nee, ehrlich nicht. Das ist Angel, oder? Das ist Angel. Ja, Mann. Warum so schön nahm, Alter? Hatte fast hier blockiert, man. Ey, soll ich hoffen, weil hier... Ja, Mann, mach auf. Ja, ich mach auf. Habt gut, final, ah. Hey, Red! Jo? Also irgendwie dieses Kabel, das Kabel, was man in den Controller steckt und das Headset, dieses kleine, dünne, also unten am Headset da. Ich dachte, das heißt Chatkabel, irgendwie sowas. Ey, Red! Chat, was? Was hast du denn mit Sonnen? Chatkabel, das Ding ist ich selber nicht gefunden. Ich hab'n, ich hab'n verdammten Konverter genommen. Ein 2,5mm Klinke zu 3,5mm Konverter, irgendwie sowas hab' ich geholt. Aber ich mein alten benutzt, verstehst du das meine? Äh, nö. Das ist sehr kompliziert. Okay, warte. Ausreden, die Headshots von Sharkoon sind wahrscheinlich von Qualität her die besten, ohne Scheiße jetzt. Warte. Ja, mein altes hat 3 Jahre gehalten, ne? Ja. Lass mal, komm mal. Das ist der Chatkabel, diese Adapter. Ey, können wir jetzt mal zocken? Ja, der Name. Der Name ist von dem Ding, damit ich bei Mama... Ja, weiß ich, ich bin nicht da. Suchten. Ich will das eigentlich auch wissen, ey. Ich hab' auch so'n verkracktes Kabel hier. Ich muss jetzt so'n extra Konverter holen. Türen öffnen. So komfortabel wie nie zuvor. Nachrichten senden. So einfach wie nie zuvor. Ein Automobil fahren. Zwei erleben. Fahren wie nie zuvor. Die neue BMW 5-Reihe. Die neue BMW 5-Reihe. Red ist wie ich. Die neue BMW 5-Reihe. Türen öffnen. So komfortabel wie nie zuvor. Nachrichten senden. So einfach wie nie zuvor. Ein Automobil fahren. Zwei erleben. Fahren wie nie zuvor. Die neue BMW 5-Reihe. Schön alle offline stellen. Ja, das mach' ich jetzt auch. Und Kommunikation blockieren. Direkt bei mir. Ja, ich hab' das mal gesagt. Kommunikation. Egal, Dingster. Lass mal ein bisschen noch ein hier ein. Acht Leute in der Partie am besten sollte der Neunte einfach chillen. Ja, wollt' den Boden einzuspielen, oder? Mega, Mann. Herrschaft ist mein Modus. Ja, dann lad' mal Fatih den an, den Dings hier ein. Fatih, bist du mal klar? Ich soll' ich Causing einladen. Wir lad' ihn ein, ist mir klar. Fatih, lad' ich noch. Theoretisch, wenn wir mit einem anderen Account spielen können, dann haben wir keinen Plan, Alter. Hier reg' ich mich gar nicht. Ich lad' ihn zum Spielen. Das ist alles scheißig. Und PS4 holst du nicht, oder, Carsten? Ich weiß noch nicht. Wär' eigentlich schon unfair für die Fans, die auf PS4 zocken, aber... Ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt, ähm... Sagt euch das Game Last of Us was? Das ist jetzt ein exklusiv Titel für PS3. Das hätt' ich eigentlich auch so Bock mal zu zocken, weil das so Hammer sein soll. Toll, ich hab' keine Playstation. Kostschwein, ich könnte mir zwar eine leisten, aber... Jetzt nur für ein Spiel? Ich weiß nicht, das wär' schon geil. Einfach... Einfach mal für die Exklusiv-Spiele, weißt? Und guck mal, Red, wir beide, wir sind große YouTuber. Ja, okay, ich noch hundertmal größer als du. Spaß! Nee, aber... Wir sind... Digga, wir sind... Fürst du mal, fürst du mal, okay? Digga, wir sind große YouTuber. Wir... Wir müssen einfach... Wir müssen on fire sein, weißt du, wie ich mein'n? Wir brauchen den Scheiß einfach. Also, ich sag dir, wie ich das mache. Du kannst ja mit Adapter, du kannst ja mit Adapter dann spielen, weißt? Einfach normal, Xbox-Controller. Also, ich rummel jetzt für das erste PS4. Geht das auch auf der neuen, geht das auf der neuen Konsolen auch mit den Adapter? Ja, bestimmt. Da werden bestimmt tausende Konzepte, die hier Geld verdienen wollen. Die machen so ne Pro, man. Und dann, guck mal. Ja, ich schufe direkt mit Xbox-Controller direkt. Und sobald sich Xbox beruhigt hat, ne? Sobald sich Xbox mit Kinect beruhigt hat, ne? Und sagt, ey, yo, wir machen das jetzt offiziell. Kein Kinect und der Hase kann laufen, dann hol ich direkt auch die Xbox One. Aber so... Soll ich suchen? Ja, mach mal. Ey, Digga, du bist ja ordentlich am Wachsen. Du hast ja 38k schon. Nice one. Der Hase läuft, meine Freunde. Also, Digga, ich bin genau... Ich bin genau 16 Mal größer als du. Ja, aber, ne? Ey, Bobby, lass mal den Boss posten. Soll ich dich posten? Ah, der hat ja keinen Plan, Digga. Nee, der kann noch... Nee, der lässt mich einfach posten, denn dein Haus gefällt mir auch mal. Dann schämen wir rein. Hä? Einer fehlt hier. Ja, ich bin rausgegangen, damit du bescheidest. Nein, Brett, hast du gemeint, Bobby kann auch posten, du Fettbewerb? Nein, ich poste, wenn... Nein, Digga, scheiße, aber das ist Bobby-Hosten, Mann. Oh, der... Ja, der ist schon raus. Du brauchst diesen Host-Vorteil, Digga. Gib mir den doch. Jetzt komm ich nicht rein, die eigenen Spiele zurück. Lass mal ein bisschen den Kasten aus, Leute. Nein, ich hab keinen Bock zu starten. Geh mal eigene Spiele und zurück. Warte. Hier warten Sie. Livestream soll ich nachher mal eine Runde lol zocken, oder? Hab da Bock? Was, du hast gelegt. Deine Mom leckt. Jetzt fliegt... Ah, jetzt weiß ich, warum ich nur 7000 Zuschauer hab. Ich vollidiot, hab vergessen, auf YouTube ein Video hochzulassen. Egal. Nur. 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 Nur, nur. Nur, nur, jetzt nur. 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 Ja, Digga, einer von denen muss jetzt raus. Ja. Ja, Digga. Oh, ein Ding ist aus Royal und Hammer, die kam ja zuletzt. Da musst du Red noch reinladen. Okay. Ja, ich will nicht hier jetzt der Rauskicker sein. Ja, du hast eben schon gekickt, du feistet, ja. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Jetzt einen raus hier, jetzt los, der ganz unten. Ah, okay, ich muss... Ja, ganz unten. Na, schade. Wie soll ich jetzt kicken, sag mal? Ja, die, die zuletzt kamen. Okay. Wo ist Red überhaupt, Alter? Mann, die haben seine langen Haare, Alter. Nach ihm. Nach ihm. Nach ihm. Der schreibt, was, er ist rausgeflogen. Ja, das kann ich auch mal einladen. Was er nicht sagt. Kann die. Da ist jetzt X-Flugsteuerung, was ich meine. Haha, alle im Chat schon. Los, spielt jetzt endlich ihr Wichser. Los, los. Ich brauche so lang. They're ready, weiß ich. Ja, blockieren. Ja, heute Abend. Die können immer mehr, die können immer mehr. Feindschutzanfragen schicken. Ich werde jeden einzelnen blockieren. Das bringt gar nichts. Gott sei Dank habe ich zwei Monitore. Gott sei Dank. Gerade, ich gehe so auf Bilder. Da ist ein Bild, das hätten die echt nicht sehen dürfen, ey. Scheiße, Alter. Sorry, sorry, sorry. Mein nächstes hat einen täglichen Freeze gehabt. Ach, hör auf zu nuscheln. Du warst noch Haare waschen. Ihr seid alle fett, man. Okay. Ihr seid alle fett, man. Du warst noch Haare waschen. Schau mal, starte mal. Hab ich direkt schon. Jeden Tag geduscht. Die Sonne war jetzt. Abonnier mich. Erich hat einen kleinen, der hat meinen Nachgesinnen. Er ist ehrlich, Digga. Erich. Ja, start lieber mal, mein Sohn. Boah, alter Satir, das ist mir gar nichts. Emblem hier. Ey, ich würde auch nicht irgendwen kopieren können. Ich hab das einfach gar nicht drauf, man. Gib mir deine Daten, ich mach die Freeze. Oh, man. Ey, jetzt einer aus mir der Frös. Das ist so ein krasses Emblem, man. Auf Mortal Kombat. Hast du einen Drogs gesehen? Hast du einen Drogs gesehen? Das sieht haum aus. Ja, aber das hat auch ein abgezogene Versteckter jetzt noch, alter. Ich hab mal so... Ich hab das mal einmal geschafft, ne, aber was steht da? Dann hat er mich so... Könnte ich das jetzt nicht abziehen, ey. Voll gereicht. Wollt ihr ein Flaserstück? Ist das ein Faker da unten? Stone? Ja, ich gehe auf Zufalles. Wacht jetzt, man. Wacht jetzt. Oh, ich mach auf jeden Fall schon mal hier. Fast, fast Ratsklasse, Digga. Alles dabei. Also. Gib ihm. Der Stone? Ich gehe drei members. Das kann nicht, das kann nicht der Stone sein. Hä? Tja, außerdem ist der... Der hat nicht mal eine Zweierquote. Das kann gar kein Apo sein. Hihihi. Heihihi. 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 Mein음� Heavy him 온네요. Du erzählst der auch noch den? Heihihi. Heihihi. Keyged Essay. abilisieren, kommentieren, positiv bewerten. Voll. Vegas hat sich gestern verdrückt, er spielt nur mit Warthog. Scheiße, Mann. Das ist echt nicht gerade die beste Streak, so. So muss der Hase laufen, meine Freunde, mit vorsichtiges Movement. Ah nein, die Sprint-Taste ist ja auch noch kaputt, Alter. Aber ist bei dir nicht kaputt, ey. Oh, Forks, ich habe keine Fähigkeit. Ich habe keine Fähigkeit, ich glaube. Scheiß Granaten, ey. Wenn der Ludwig spielen, das hätte ich die Liga spielen, Alter. Ja, im Livestream. Ja, stimmt. Tryhard, tryhard. Die Liga ist zu einfach. Die größten Tryharder sind die Jäzler auf dem Planeten. Ja, die größten Tryharder sind einfach die Deutschen. Ey, du kannst nicht ohne kugelsichere Wester spielen, weil... Ich freue mich und so ist doll auf mein Livestream am Montag. Was haben wir mit dir auch Leute nachschauen können? Goll! Ja, darfst direkt mal den Account an, Eddenred. Dann wird der neue Pliebärer kommen. Oh, Mann, ey, hier. Nervt mich schon wieder, ey. Ja, was haben sie denn... Was schluckt? Hat er geschluckt? Was hat er geschluckt? Wie hat er uns geholt? Ey, Leute, da oben, da oben. Komm, ich will doch nur die Gegner flankieren, Mann. Ich krieg nur Assister, ich hasse diese Rekke-Kack-Map. Oh, das ist die Web wiebe ich, aber nur Solo. Schimmeln immer da oben, guck mal. Drop Rio. Nur von hinten. Wir verlieren Kato. Och, Mann, ey, 4 zu 5, Alter. Ich hasse... Eigentlich mag ich Boden im Griff. Aber irgendwie 9 gegen 9, keine Ahnung mehr. Nee. Jo, 2 zu 6, läuft mit Taktikeinstieg, spielen die auch noch? Bravo. Aber die Leitung ist echt gut. Ja, die Leitung ist echt vorne, Alter. Ohne Scheiße, jetzt. Die gehen gar nicht da unten. Ja, aber die Triag... Ja, das juckt mich nicht. Das müssen wir jetzt, ja, muss das überleben, ja. Hey, der geht mir aber auch gar nicht mehr. Um die fucking Ecke, Alter. Um die fucking Ecke. Oh, Mann, Junge, lächerlich. Wie viele auf einmal mit der scheiß Type spielen. Ist die gepatcht worden, oder was?